Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute geben wir euch einen kurzen Überblick über die Produkte und Services, die die OpenTelecom Cloud Plattform anbietet und die ihr auch nutzen könntet. Angefangen sehen wir hier den Bereich Computing, wo wir nur als Beispiel virtuelle Maschinen aufsetzen können. Dort können wir dann auch Ressourcen verwalten, die die virtuelle Maschine nutzen können. Ein weiterer Bereich ist Storage. Hier können wir festlegen, ob das Kurz- oder Langzeitspeicherungen sein sollen oder Speicher generell zuweisen zu den virtuellen Maschinen. Network wäre ein weiterer Bereich, wo wir Netzwerkkonfigurationen unserer Maschinen, unserer Umgebung festlegen können. Dann die Security, um die Sicherheit überhaupt bereitstellen zu können für unsere Umgebung. Dabei können wir die Firewall-Regeln festlegen, die greifen müssen. Dann weiterhin hätten wir hier Management und Deployment, wo wir unsere Umgebung monitoren können. Wir können ein sich nehmen, wer was macht und wer wann was macht, wer welche Zugriffe hat. Als nächstes wäre hier Database, wo wir Datenbanken umkonfigurieren können. Application und Enterprise Application, die hängen ein wenig zusammen. Denn Enterprise Application können wir mithilfe dessen festlegen, ob wir zum Beispiel Workspaces wie Virtual Desktop bereitstellen, ob wir das wollen oder nicht. Und dazu eben Application, um zum Beispiel Messages loszuschicken, um Benachrichtigungen einfach zu verteilen. Also gut, jetzt hätten wir dann noch Data Analysis, wo wir uns schauen können, wie die Performance der Umgebung verläuft. Und ja, nun hoffen wir natürlich, dass es euch gefallen hat und ihr einen kurzen Einblick in die Produkte und Services der OpenTelecom Cloud Plattformen erhalten konntet. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.